Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Herzlich Willkommen zum Spieltagstipp. Heute mit Damian Nettelje und Henrik Nettwied. Das Eröffnungsspiel macht Bad Vilbel gegen Gießen. Was sagst du Damian? 3-0 Gießen. Das nächste Spiel am Mittwoch Bayern Alzenau gegen Türkgütti Friedberg. Ich tippe auf den Heimsieg von Alzenau 2-0. Das nächste Spiel Waldgirmes gegen Edderbergland. 1-0 war Girmes. Dann das nächste Spiel ist Ginsheim gegen Baunatal in Ginsheim. Was tippst du? Ich sage 1-2. Dann Samstag Rot-Weiß Hadamar gegen Hünfeld SV. Oh, Hadamar muss gewinnen. Was denkst du? Hadamar 1-0. Dann geht es weiter mit dem SV Viktoria Griesheim gegen FSC Lofelden. Lofelden. Tippen wir auf Heimsieg. 2-1 für Griesheim. Echt? Okay. Nächstes Spiel Buchonia Flieden gegen 0-3 Neuisenburg. 1-0 da. 0-1 für uns. Dann die SC Brockstadt Fulda Lehnerz gegen Eddersheim. 1-1. 1-1. 1-1. Lassen wir so stehen. Ist gut. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.